Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen heute das Spiel Grillen, also Grillen das Spiel. Ja und so sieht's aus. Sehr schön, wir haben es extra vom Hersteller früher bekommen. Sehr nett. Und dann probieren wir das einfach mal aus, dann leg ich die CD mal rein. Der Markus spielt auch noch mit, aber wo ist der hingegangen? Ah, der ist gerade rausgegangen, ich weiß nicht wo der ist. So. Scheiße, egal. Dann starten wir mal das Spiel und Markus dürfte auch gleich kommen. Oh, da sind wir aber schon in der Charakterauswahl. Ah, der Peso. Ja, ich glaube den nehmen wir mal nicht, oder? Ah, nee, nee. Ah, da haben wir ja den Kaller. Ihm wird schnell kalt. Mark hat Angst vor Feuer? Ne, ich glaube das passt auch nicht. Ne, man sieht, dass es kalt ist, ja. Ja, ich... Denk ich mal. Wer kommt jetzt? Ah, Markus ist jetzt wieder dabei. Markus, okay. Sehr klein, das freut mich. Mag die Farbe grün, sieht man ja bestimmt natürlich. Ja, das sieht ganz. Ja, das ist ein Markenzeichen. Ja, nehmen wir mal den würde ich sagen, oder? Gut, dann bestätigen mal. Okay. Sollen... Ja, nehm ich. Jetzt haben wir ewig. Ah, wie er sich freut. Oh, wie er sich freut. Ja, okay, das ist natürlich eine Ehre in diesem neuen Spiel ausgewählt zu werden. Ja. Ja. Dass wir extra für dieses Video schon im Voraus bekommen haben. Ja, ja. Psycho-Clone-Games präsentieren. Und... Sehr schön. Ja. Und Spiel von Griller und Filmpfehler. Das Intro ist schon sehr interessant, also... Wenn man es schon sieht. Ja. Surrens of Knives auch kapiert, dass hier unten geht. Okay, dann drücken wir mal die Start-Taste hier. Ja. So. Ah, ja, da ist ja schon die... Die Krillstelle. Oh, ein Krillplatz. Oh, da kommt jemand eingefahren. Oh. Da ist uns da raus. Oh, er ist ein Besitz von deinem Fahrrad. Das ist aber schön. So, jetzt drücke ich mal zur Krillstelle. Gut. Okay. Und... Ach, steht da Interagieren und Style... Ne, 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 mach's mal nicht. Mach's mal nicht. Okay. Mach mal den Style bearbeiten, oder? Warte. Nicht gegen die Wand laufen. Nein, lass den doch. Ja, okay. Geh mal wieder zurück. Der bricht sich noch den Schnöffel. Ja, okay, chill. Warte, chill. Jetzt gehen wir zurück. Okay, okay. So, und jetzt... Style bearbeiten. Okay, dann drücke ich mal Select. Gut. Ach du Scheiße. Und... Ich glaub das wird nichts. Das ist hier so... Das sieht aus wie bei den Eskimos. Oh, der fühlt sich jetzt aber cool. Ne, also ich glaub den nehmen wir mal nicht. Also kalt ist ihm ja nicht. Dem wird ja nicht so schnell kalt. Jetzt... Oh, okay. Ja, aber ich glaub ne Kapuze ist fürs Krill nicht so ganz gut. Ne, nehmen wir einfach mal normal. Ja, genau. Lass ihn mal normal. Ich versuch. Okay. Dann interagieren wir jetzt mal. Gut. Jetzt... Jetzt sind wir in der Ego-Perspektive hier. Gut. Man sieht die Hände. Aha. L und R Hände bewegen. Das mach ich jetzt mal. Kannst du jetzt mal machen. Jetzt? Ja. Ich glaub du musst... Ja, jetzt hast du... Ah ja, jetzt hast du... Jetzt hast du die Hände. So. Jetzt? So. Ah, da links sind Stöcke. Ah, minimal. Toll, ich hast dich einfach nur reingeschmissen. Tja, sorry. Jetzt mach mal den Streichhölzern. Hoffentlich schaffst du's. Toll. Scheiße. Jetzt hast du's abgewischt. Toll. Toll. So. Gut, nochmal. Also probier's nochmal. Gut. Falsche Seite. Mal sehen, ob du's ankriegst. Oh, er hat's angekriegt. Oh, ich hab's angekriegt. Oh, das ist... Alter, du bist doch doch die Scheiße. Warum hast du's dahintes Geld... Ah, da kommt sogar ein Tipp wegen dir. Ja, okay. Sorry, ich spiel's zum ersten Mal. Streichhölzer gehen aus, wenn man sie wirft. Uh. Ja, das macht Sinn. Gut, jetzt liest du die Zeitung. Oh, sehr interessant, würd ich sagen. Schmeißen wir sie mal rein. Okay, das... Äh... Die Streichhölzern. Versuchen wir's nochmal. Ja. Ich denk mal... Das dürfte jetzt funktionieren. Ah, geh zuerst mal ran. Ja. Ah, jetzt, Luca. Jetzt komm, bitte. Das schaffst du jetzt, oder? Ich glaube, man darf nicht ausgehen. Ja. Ja. Feuer. Ja, wir haben's geschafft. Ah, nein. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Du musst echt verarschen. Ich glaub, da fehlt was. Was hast du noch so? Ah, Sport. Aha, die schwarze Flasche. Das sieht sehr gut aus. Nehmen wir das mal? Gut. Jetzt leeren wir... Jetzt mach mal so ein bisschen drüber. Ja, das... Das leere jetzt auch gleich mal drüber. Du musst erst mal die Flasche machen. Ja, der macht das ja grad. Also jetzt mach mal ein bisschen drüber. Wir wollen hier ein Feuer anmachen. Also mach mal ein bisschen mehr drüber. Ja, genau. Ja. Boah, lass das raus. Ja, so schön übertreiben. Der Shampoo spritzt aus der Flasche. Alter, wie das spritzt. Sehr realistisch. Ja. Ja, so grill ich auch immer. Was ist dein Problem? Natürlich, ja. Also dann kommen immer wieder Streichholz. Oh, wie's da schon runter tropft. Gut, dann nehmen wir jetzt mal ein Streichholz. Hallo. Du musst das Streichholz nehmen. Wie drück ich da drauf? Viereck oder was? Ja. Nein, Dreieck. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah ja, jetzt. Okay. Du musst ja wieder den Gegenstand wechseln. Gut, jetzt. Aber wirf es bitte nicht. Also ich bin mir der Steuerung noch nicht so vertraut. Ja, das sieht man. Ja, aber ich glaub... Wirf es nicht, wirf es nicht, wirf es nicht. Bitte, wirf es nicht. Nein! Du bist ein Vollidiot! Ein Partner war gescheit. Wir haben nicht hier ganz Tag Zeit. Okay, noch ein Streich... Oh, wir haben nämlich gar nicht mehr so viele Streichhölzer hier. Ja, wegen dir. Ich wette, dann ist das Spiel Game Over, wenn du keine Streichhölzer wirst. Jetzt brennt's aber. So, jetzt aber, bitte. Ah, wir haben Zeit! Ja, wie legt man das da rein? Du kannst hier die Hände bewegen mit L und R. Jetzt hast du die Blätter angezündet und nicht die Stöcke. Toll. Probier mal mit L und R die Hände zu befinden. Ja, wir gehen jetzt einfach mal näher ran, okay? Ja, 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 jetzt, ja. Und dann legen wir das da drauf. Ja, 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 ja. Jawohl, perfekt. Und, jawohl. Und, jawohl. Ja, du musst das schon wieder draufschmeißen. Ja, das war so klar. Ja, das brennt jetzt. Gut, okay. Na ja. Ich denk mal, wir haben da genug Spiritus drüber gekippt, also wird das schon klappen. So. Nimmst du einen anderen Gegenstand? Ja, nimm mal einen anderen Gegenstand. Ja, da ist unsere Spiritus Flasche. Sollen wir da noch was drüber kippen? Ja, mach mal ein bisschen. Okay. Ja, jetzt, ja, du hast dich schon wieder an die Steuerung ein bisschen besser gewohnt. Ja. Du kannst ja jetzt schon die Flasche aufmachen. Oh, Fortschritte. Mach aber wieder ein bisschen so. Oh, jetzt fängt es richtig an. Oh, es war ein bisschen zu viel, oder? Ah, komm, schütte noch ein bisschen. Ah, das ist ganz schön. Ah, vielleicht brauchen wir das mal nachher nochmal und spaßt lieber noch ein bisschen. Schütte also nicht gleich alles drüber. Aber wir wissen ja gar nicht so viel, wir wissen ja gar nicht, wie viel wir da drin haben. Also hebe ich das mal wirklich mal lieber auf. Ich stelle mir die Flasche mal einfach zurück. Gut. Ja. Hoffentlich fällt es nicht runter. Schön platziert. Ja, gut gemacht, Luca. Gut. Ja, warte, warte. Ja, perfekt. So. So. Ich denke, jetzt könnte man eigentlich einen Stock suchen, oder? Ähm. Ne, warte, haben wir überhaupt was zum Grillen? Ne Wurst, oder so? Boah. Ja, ich schau mal durch die Gegend, bei den Gegenständen durch. Ah, gut. Zum Glück müssen wir kein Tier jagen. Okay. Ja, ne Wurst. Ja. Es sieht auch total aus wie ne Wurst. Ja. Ich weiß. Okay. Was haben wir noch so? Ja. Dreieck. Hallo. Ah, das Spiel hängt ein bisschen. Ah, gut. Jetzt. Okay. Eine Grillzange. Eine Grillzange. Aber ich meine, die brauchen wir jetzt noch nicht. Die kannst du dich einfach ins Feuer heben. Dafür finde ich jetzt gar keinen Gebrauch. Ah, was macht denn der? Ist der blöd? Okay, die kann man jetzt noch nicht brauchen. So, nimm mal was anderes. Was ist denn das? Oh my god, das ist ein Ski. Das ist ehrlich ein Skier. Shit. Was können wir... Achso. Ja, also ich glaube, der ist jetzt hier fehl am Platz. Ja, den schmeißen wir mal weg. Gut. Damit... So, dem ist kalt. Oh, anscheinend haben wir jetzt Checkpoint. Er wärmt sich erstmal die Rände. Okay. Hände. Okay, dann suchen wir mal einen Stock. Ich glaube, jetzt suchen wir mal einen Stock. Ah, okay. So was besitzen wir gar nicht. Da lag doch ein Stock. Ah. Nein, ich... Ich würde erstmal... Der sah nicht so gut aus. Das siehst du einfach. Vielleicht gibt uns der Spieler auch ein paar Tipps, ähm... Der war bestimmt nicht so gut. Wo ein Stock ist. Lauf einfach mal rum und gucken mal, welcher gut ist. Ah, ja, ja. Jetzt. Jetzt, okay. Ah, da hast du einen Stock? Ja, nimm den mal. Der ist bestimmt gut. Nehme den einfach mal, ja. Und? Kann man den nehmen? Ah, ne. Der hat keine Spitze. Das ist ein Scheiß. Ne. Such mir einen neuen. Der ist zu lang. Ja, den Stock kann man nicht nehmen, weil der zu lang ist. Ja, okay. Ah, der ist wieder ein Stock. Der ist zu dünn und der sieht eklig aus. Nein, den nehmen wir nicht. Der reibt sich schon die Hände davon ab. Das ist... Der sieht doch gut aus. Der sieht besser aus, ja. Das ist so ein Doppelstock, wo man zweimal dran fassen kann mit seinen Händchen. Mit seinen Händchen. Und der hat sogar eine Spitze. Das ist gut. Lecker. Ja. Zum Glück muss man das ja nicht. Erstmal reinigen. Ah, wie kann man denn die Spitze hinrichten? Drück mal... Ja, genau. Ja, zieh es runter mit R. Ja, gut, gut. Perfekt. Boah. Man sieht schon wieder das Feuer. Ja. Hey, da war grad sein Kollege, kann ich sagen. Okay, was war denn da für ein Schwungel? Ja, okay. Das war bestimmt ein Kumpel von dem. Ja, die grillen bestimmt zusammen. Ah, dem ist es wieder kalt. Das war bestimmt ein Lehrer und er wollte den vergewaltigen. Und vielleicht ist auch jemand anderes einfach an der Grillstelle vorbeigefahren. Nein, nein, das klingt mir sehr unswahrscheinlich. So gut, bist du in der Spiritus drauf? Boah, übertreibst nicht! Ja doch, so ist es doch schön. Schön warmes Feuer da... Ja, noch ein bisschen, komm. Schüttel noch ein bisschen. Also ich finde, das Feuer sieht schon richtig geil aus. Schöne Grafiken hier. Ja? Ja, die Grafik, das müssen wir erstmal loben hier. Da haben sie mich mal wieder übertroffen. Also, dass die PS3 das gebackt kriegt, ist echt ein Wunder. Gut. Jetzt stecken wir mal das Würstchen drauf. Gut. Ah ja, schön tief rein. Na, wenn... Na, nicht zu weit, sonst bricht es nachher noch ab. Ja, das ist so, es ist gut. Jetzt heben wir es mal in die Flamme rein. Ja. Oh, erstmal ein bisschen grillen. Das dauert Jahre, wenn du es so weit oben hältst. Das Feuer, das ist schon wieder so... Probier es mal ein bisschen weiter runter zu halten. Also in die Flamme rein, dann wird es wahrscheinlich schneller durch sein. Ah, was soll ich jetzt... Nicht die Hände. Nicht an die Hände schauen. Okay. Probier mal den Stock ein bisschen mehr darunter zu machen. Jetzt hör auf die Kamera zu bewegen. Mach, äh, Luca nicht. Ja, sorry. Ich wollte mir nur mal die Gegend hier anschauen. Ja, genau. Jetzt halten wir es mal tiefer rein. Man muss ja wissen, wo man grillt. Naja. In der Pampa. Ja, natürlich. Na komm, kipp noch mal ein bisschen was drauf. Ja, das Feuer geht langsam aus. Da muss ein bisschen was nach. Ja, schön die Wurst aus dem Feuer gezogen, ist gut. Ja. Häng sie aber ein bisschen rein. Häng sie ein bisschen rein, damit es schneller durchgeht. Das mach ich mal. Ja, noch ein bisschen. Ja, genauso. Aber ich dachte das Würstchen gleich anbrennt oder so. Ach was, als ob das Würstchen noch anbrennt. Heb doch mal die Wurst. Ja, genauso. Da geht noch ein bisschen was. Ja, guck die Wurst brand immer noch nicht. Da geht noch was. Da tust du aber auch gar nichts bei den Würstchen. Kipp noch mal mehr. Jetzt it. Oh, ich glaub du hast das Würstchen erwischt. Shit, das Würstchen brennt! Das Würstchen! Ich hab doch gesagt es! Jetzt schüttel's aus! Schüttel's aus! Schüttel's aus! Komm schon! Ja, ich probier's ja. Die scheiß Flamme ist so ausgehend. Jetzt kipp aber noch mal ein bisschen was drauf, aber nicht über das Würstchen. Okay. Oh, am Gotteswell, du bist so dumm! Jetzt brennt sogar der Stock noch! Jetzt müssen wir das Würstchen wieder ausschützen. Wetten, das fällt jetzt rein! Oh. Und jetzt? Probier's mal mit dem Stock aufzupiksen. Scheiße. Ich probier's mal. Geht wohl nicht. Scheiße. Ah, jetzt hat der Stock da reingeworfen! Sagt den voll aufgeregt! Warte, warte, du hattest doch ne Krillzange. Stimmt, nimm mal die Krillzange. Mit der... Ich glaub den Schier braucht man ja auch nicht. Ja, den Schier, den haben wir eh weggeschmissen. Ja, nimm mal am besten den Schier. Ja, genau den Schier. Oh, guck mal, das Würstchen ist doch perfekt. Oh, zum Essen X drücken. Okay. Essen wir's mal. Schau dir mal das Würstchen an, Alter. Sieht doch lecker aus. Okay, dann... Essen wir's mal. Okay. Es lädt. Gut, perfekt. Oh, ein Teller, der gar kein Teller ist. Komischer Teller. Gruppier Teller. Stimmt, bestimmt musst du dich aufleveln. Ah. Ja, wahrscheinlich. Dann kriegst du wahrscheinlich auch. Man hat ja hier eh nur Plastikzeug. So, trinken wir mal was. Okay. Und auch ein Becher und eine Fanta. Oh, Schleichwerbung. Gut, du musst hier das Ding aufmachen. Gut. Oh, Luca! Ja, weißt du wie schwierig das ist? Ach du bist. Ach du. So, ja, jetzt. Setz ab, setz ab. Nein, da geht noch mehr rein. Tu noch mehr rein. Okay, warte ich. Willst du mich verarschen? Haha. Ja, jetzt ist sie überfüllt. Oh, jetzt läuft die über. Mach sie mal zu. Mach sie mal zu. Mach sie mal zu. Mach sie mal zu. Okay. Schließen wir die mal wieder. Gut. Also, diese Physik-Engine. Also, die ist sehr realistisch immer. Die ist sehr realistisch immer. Gibt's gar nicht. Ja, Intrig. Jetzt schaut er über. Er ist ziemlich durstig. Oh, der haut aber kräftig rein. Und... Der zieht den Becher mit einem Zug leer. Oh, jetzt. Oh. Oh, Eck. So ein Hauptfrisch. Frisch. Ich wette, wenn man sich auflevelt, kann man auch bessere Teller haben. Weil, ich mein, bei dem Charakter hieß es ja erst sehr klein. Und auf dem Becher steht ein Mini. Ah, die schmeckt bestimmt lecker, oder? Jaja. Aber wie die aussieht, ein bisschen... Ein bisschen schwarz. Ein bisschen verkokelt, aber... Das haut der weg. Ja, das... Das ist schon so. Das sind bestimmt Markenwürste, die die hier gekauft haben. Na klar. Also, jetzt schneiden wir nochmal ein Stückchen weg. Das ist vielleicht ein bisschen groß, oder? Ja. Oh, schneidst du mal. Teilweise nochmal. Genau. Hier, die Wurst ist aus dem Feuer. Oh, der haut da zwei Würstchen rein. Alter. Der hat einen fetten Mund. Der muss aber auch mal wegschlucken, oder? Ja, ich glaube, das macht der jetzt gerade. Ich würde sagen, wir trinken auch gleich mal wieder. Ja. Ja, trink mal einen Schluck. Ah, ist hier nichts mehr drin. Mach mal wieder neu. Mal sehen, ob du diesmal die Steuerung beherrschst. Jetzt, gib dir mal ein bisschen Mühe. Ja, ich versuch's. Ja, ja, ja. Perfekt. Oh, 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 oh. Jawoll. Das war gut. Oh, du hast den Deckel nicht zugeschlossen. Ja, das ist nicht schlimm. Jetzt schwappst du ja nicht drüber. Und wieder Ex und Hopf. Der hat schon echt Durst. Oder die Wurst ist ziemlich gef... gewürzt. Gewürzt. Nein, nein, wir hatten ja noch keine. Nein, sie ist nicht gefisst. Die Gewürze müssen wir doch erst feisch halten. Wir haben doch noch nichts. Also, dann essen wir das letzte Stückchen mal fertig. Ja, guck mal, da ist ein kleines Stückchen noch an dem Messer. Das musst du mal. Das Brustzipfelchen. Wir wollen alles aufessen, also nimm das mit. Ja, genau. Gut. Ja, ja. Das musst du mitessen. Oh, jetzt bin ich nicht der King. Oh, Hammer. Da ist aber immer noch ein Stückchen. Ja. Das ist jetzt auch noch ein Stückchen. Oh, das ist das Leckerste. Das sieht richtig gut durch aus. Sehr cool, ja. Ein bisschen. Jetzt erstmal die Wurst runter spüren. Oh, jetzt trink noch was. Das hat bestimmt scheiße geschmeckt. Also trink noch was. Ah, der Becher ist ja schon wieder leer. Ja, wieder nichts drin. Füllen wir noch das restliche Getränk rein. Oh, Mann. Meine Fresse, Alter. Ist das so schwer, Becher einzufüllen? Ja, jetzt ist die Flasche wenigstens leer. Gut, dann trink mal. Jetzt trinkt der wieder. Oh, der Tisch ist aber dreckig. Sehr dreckig. Du musst jetzt nicht den Tisch anschauen. Ja, der macht so eine Bewegung, wenn der trinkt. Gut. Jetzt. Was macht er jetzt? Was steht auf dem Becher überhaupt Mini drauf? Ich versteh's nicht. Das ist bestimmt nur, weil der Typ klein ist. Ah, ja. Die Macher des Spiels wollten die nur dissen. Kannst du noch was machen? Sehr schön aufgeräumt. Jetzt schreibt er sich die andere. Ah, jetzt wischt er sich, glaub ich, die. Okay, ja. Ich glaub, du kannst nichts mehr machen, oder? Nee. Okay. Ja, das war's, oder? Gut. Na so. Und was jetzt? Level 1 gemeistert, würde ich jetzt sagen. War's das jetzt schon, oder was? Ich weiß was nicht. Ja. Da kommt der Abspann. Okay. Ah, ich würd sagen, dann haben wir das Spiel geschafft. Ja. Mal sehen, ob du das noch ein bisschen weiter zockst, dann bist du bestimmt auch besser in dem Spiel. Ja. Das mach ich. So, ich glaub, das Spiel ist jetzt. Jetzt kannst du die eigentlich rausnehmen. Ich mein jetzt. Ja. Gutes Spiel, würde ich sagen. Ja, ja. Zocken mit was anderes. Ja. Dann mach ich's mal wieder raus. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ah. Oh, tschüss. Christian ist fest. Tschüss, liebe. Du bist schwul. So wie Adolf Hitler. Du kriegst zwei, okay? Ja. Zwei. Ei. Einmal das, was ich auf dem Boden muss. Mini. 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 Mini man. Markus der Mini man. Ernsthaft. Willst du mich dissen? Ja. Hey, was machst du da? Der ist dummi scheiße. Nein, ich kratz die Schleichwerbung weg. Oh, das wird richtig. Was? Okay. Das ist das. Das ist das Würstchen. Jetzt. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Stier. Oh, das Würstchen brennt. Scheiße. Hahaha. Ah, nein, nein, Würstchen. Das ist ein Würstchen. Nein, das ist ein Würstchen. Hm? Ein bisschen aufrecht schützen. Okay, ein bisschen weiter nach rechts. Nach da? Nein. Ja. Nur so ein bisschen. Noch 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 ein bisschen. So. Zu weit. Oh man. Ich fühl's nicht so aufrecht. Ich fühl's nicht so aufrecht. Okay, was ist das? Wieso tragen eigentlich Masken beim Zocken? Hm. Ich weiß es nicht. Herzlich willkommen in die Art of Psycho-Clowns. And. Ja. Und. Das hat sich nicht gut angehört. Leicht die Idee von dir. Ich bin nicht mehr dran. Bleib mal raus. Bleib mal raus. Bleib mal. Am besten. Oder nicht? Am besten alles. Weiß ich nicht. Ah, unser Sta- Guter Herr Steinberg, der hat Hustenanfall. Iiiiih, war mich wirklich jetzt. Okay. F***s oder ist egal. Das ist der Fahrer hat's Bein gespritzt jetzt. Du f***st zum Mund. F***s. 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 Und warmes Nusschen. Hoffentlich kann man mal Hunde und fressen das weg. Tja. F***s. Das war's jetzt, oder? Ja. F***s. F***s.